Das will ich nicht nochmal machen, das war schwer. Das war böse. Wie man hier sieht, die Connection-Problem- Wir bleiben erstmal beim einen Thema, nämlich bei mir. Ja, ich bin das wichtigste Thema. Nee, Spaß, Leute. Und zwar, mein Kanal wurde, wie gesagt, damals gesperrt. Ich hatte dann einfach keinen Mut, nochmal einen neuen aufzumachen. Und der Jack, der hatte damals auch einen Kanal. Und der hat gesagt, ohne dich macht's keinen Spaß. Und irgendwann, ein paar Monate später, also jetzt, haben wir uns entschlossen, einen eigenen Kanal zu machen. Ich habe jetzt auch mal